Ich hoffe von euch, dass ihr ein Bein neben das andere setzt, unter der fachkundigen Leitung unserer Tänzer. Schafft ihr das? Dann schreie ich euch auch nicht mehr an. War nett, bis wir weiter schon reden. Ich frage, was hätte länger? Die sitzen oder mir schon reden? Wer fühlt sich aber nicht angesprochen? Eher, eher. Eher ist es. Eher, eher, eher. Was sehe ich da? St. Paul Fencing Club. Dieser Mann muss sich bewegen können. Bist du ein Freiwilliger? Nein, nicht. Herzlichen Applaus für unseren Freiwilligen. Hämtlich haben wir ihn. Aber er wird rot. Also die ist so viel Scham besitzt er. Das ist vielleicht keine Terrain. Ich sehe schon. So, die Tänzer brauchen wir nur einen. So, die Tänzer brauchen wir nur einen.